Das ist der Stephansplatz. Der Kwisa ist auch dabei. Ich gehe mal ein bisschen in den Schatten, dann kann ich euch den Dom zeigen. Da oben sind wohl Riesenglocken drin. Sind das die größten Glocken von Österreich oder was ist das? Die Pomerang, das müsste die größte Glocke Österreichs sein. Die leitet aber nur zu ganz speziellen Anlässen. Ein sehr schönes, interessantes Haus. Und hier laufen Leute rum, die haben so Krachten an. Das finde ich auch toll. Ja, so sieht das hier aus. Jetzt warten wir auf den Micha mit dem ganzen Anhang und dann betrinken wir gleich erstmal eine schöne Stadtführung. Da bin ich gespannt. Aber erstmal gucken, wie es weiter wird. Bis später. Ciao. Ciao. Ciao.